Ein Kondensationsgern oder auch Kondensationsgeim ist erforderlich für eine spontan erfolgende Kondensation. Dies kann eine leichte Verschmutzung wie ein Staub-, Salz- oder Rußpartikel sein oder, wie zum Beispiel bei der Nebelkammer, leicht ionisierte Gasmoleküle. Beispiel Einige Aerosole, die bestimmte chemische und physikalische Eigenschaften besitzen, fungieren in der Erdatmosphäre als Kondensationsgern. Ihr Vorhandensein ist eine Voraussetzung für die Wolkenbildung. Siehe auch Nukleation, Kristallisationskeim.